Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen Roblox. Wir spielen hier den Barbegum Simulator. Hier tut man so Kaugumis belassen. Da kann man die Koffer kaufen. Man springt so aus Wolken rum, schafft man fast ein Level, kann sich mehr Kaugumis weiter kaufen und so weiter. Und ja, ich bin schon sehr weit, wie man sieht. Hier habe ich schon alles gekauft, das gibt's. Außer halt das mit Roblox, aber das kaufe ich mir nicht, weil ja, das bringt nichts. Ich bin schon hier auf Level 2. Und hier kann man so hoch springen. Und umso größer deine Blase ist und umso höher kannst du springen, ist mir aufgefallen. Jetzt kann ich es nur so hoch springen. Aber ich habe irgendwie, wenn die Blase mega hoch ist, dann kann ich mega hoch springen. Weil es ist wie so ein Luftballon. Ich würde sagen, jetzt, ich kann es schon auf 25.000 Euro machen, da sehen wir es klar. So, jetzt habe ich hier die Blasen geblasen und wieder gesprungen hier hoch. Oh mein Gott! Junge! Oh nein! Und! Uuuuui! Ich gehe hier schon fast in den Weltraum. Uuuui! Ich hole mich! Base habe ich mir das erste Level noch mal. Töger Jingle Manometer! So, jetzt und jetzt von Syro, dann kann ich hier oben drauf landen und jetzt ist hier die Schatztruhe, ist mir komisch. Oh mein Gott, hab ich wieder bekommen. Nein! Boah. Oh. Tanti, das machst du mit, ich weiß gar nichts. Warte. Okay, wir gucken, ob ich lande. Hier. Ja, ich hab Eselstein. Da sind noch mehr Eselsteine für die Eselsteine. Nein! Bro. Guck. 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 jetzt kommen wir hoch das macht schon viel spaß aber es ist richtig machend kann ich euch als tipp geben also spielt es nicht so oft es ist sehr süchtig machend weil man will dann immer mehr aber am schluss los also mir macht es sehr sehr schluss los Boah, wo spring ich denn hin? Boah, wo spring ich denn hin? Ich mach einfach so. Ich find die kleinen Tiefel so süß einfach. So, jetzt mach mal richtig, ich mach mal Schattenmach. Schattenmach! Schattenmach! Ja, Schattenmach! Schattenmach! Ja, Schattenmach! Das ist nicht Schattenmach! Ja, Schattenmach! Schüssel! Hui! Nein! Wuhh! Wuhh! Oh, mein Gott! Wuhh! Wuhh! Nein! Und.... Ui! O, mein Gott! Was ist denn das? Hui! Oh, Mann! ich habe gar kein bock zu haben Oh Ich sagte nein, Dunkel! Steh das doch endlich mal! Ich bin der Drittschlechteste! Oh mein Gott! Ja, werde ich mal auf 9 Level. Okay, ähm, wo bin ich das hier? Äh... Was? Der Fisch? Ähm, aber ich bringe da mal hoch Leute. Und eine große Truhe. Okay. Jo, ein Weltraumschiff. Na klar. Ähm... Oh! Nein! Ich höre schon wieder in Ruhe. Okay. Huiiii! Okay, grad mache ich irgendwie die Scheiße. Hm... Oh, noch 20.000? Trink ich da mehr? Okay. Ja! Ich bin voll weit oben. Jo! Oh! Oh! Verarsch mich doch nicht. Wenn ich jetzt gegen irgendwas knalle, dann wäre es echt krass. Leute, hör doch. Oh! Oh! Ich glaube, wir sollten jetzt es schaffen! Nein Leute! Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Leute. Dumm? Dumm als dumm? Das ich nicht so lange fallen muss verkaufen, schnell. Puh. Okay. Dann. Bla 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 bla. Ich will jetzt nach oben. Ja, ja, ja. Boah. Geld, 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 Geld. Ja. 41.000. Nein. Wui. 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 taucky. Wui. Wund. 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 Oh mein Gott. Wie weit noch? Willst du mich halt verarschen? Nein, 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 nein. Boah. Gerade noch gerettet. Das ist vielleicht wieder irgendwo verschollen. Ich will nicht verschollen sein. Nein, 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 nein. Gut. Wo? Und du das einfach mal hier. Wie? Ich muss das Level schaffen. Leute, das macht so süchtig dieses Spiel, finde ich. Spielts auf jeden Fall mal. Ich kann es euch nur weiter empfehlen. Nein. Es hängt. Also, Roblox hat sich aufgehangen. Beste. Also, ich würde sagen, das Video geht schon 16 Minuten. Ich würde sagen, wir machen Schluss. Und tschau. Los. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.